Lauf doch mal drauf Lauf doch mal drauf Ich wollte euch damit nur noch ablenken, damit das Holste runtergehen kann Alter Naja Ich schreck mich einfach so, weil es ist... Tony, du hast so ein bisschen Prozente, ne? Das liegt ab und zu mal so ein bisschen, ne? Aber nur ein ganz kleines bisschen, ja Nur so ein kleines bisschen, ne? Lass mich mal als 300 haben, ne? Oder 240 Tschüss 240 243, um genau zu sein Und wie viel habt ihr? Ich werde verlieren, oder? Ich werde verlieren, oder? Aber ich werde verlieren, wa? Er geht alles mal runter, dass er nicht runterfliegen kann Er geht alles mal runter, dass er nicht runterfliegen kann Ähm, guck her Warte ich halt hier oben? Ja, du hast weniger Leben als er, also verlierst du Ja, bei dem wird ja auch gemacht, nein Ich fahr auch essen, gib mir Essen, ich will essen Oh, hier ist ein Ossenzug Oh, hier ist ein Ossenzug Ja, hätt ich gern Da Ja Vor allem, was Black alles verrät, wo was ist, ne? Links von dir, links von dir, da runter Links von dir runter Da ist ein Ossenzug Fiii Black, du Cheater Ja, wo bist du denn? Ja, ich hab was gegessen Oh, mobb mich doch nicht, mobb die andere Fiii Egal, hab ich ja noch lange dringend überlebt Hehehe Haben wir... Oh, runtergefallen Mach dir wieder quitt He, du kannst doch einfach wieder rein Ja Ich hab ne Ossenzug Ja Ja Ja, jetzt noch Zettos fehlt ja noch Zettos fehlt noch Zettos fehlt noch Na, du hast Zettos noch Ich bin noch drin Flash hat minus 1 Leben, ah ja Ja Ja, ich hab den grad runter gehauen oder so Nein, ich bin nochmal runter gesprungen, dann kriegst du auch minus 1 Die Map ist noch nicht mal richtig heil, ne? Dede nein Komm, Dede Aber jetzt hab ich natürlich einfach was gegessen Nein Ich glaub hier bei mir, oder? Ich trau dir nicht Wie kommt der da hoch, Alter? Ist der behindert? Mh-mh Kann ich dir vertrauen? Schildet ihr oder so? Ich kann jetzt hier jemanden draufsitzen Hallo Ich schild drauf noch Achso Schild! 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 Nein Ich hätte mir ein bisschen warten sollen Wie gesagt, die Map ist nicht zurückgesetzt Ja, aber wo kommt man denn dann nach oben? Ich schick das jetzt nicht Das ist einfach nur schlecht Oh Oh Ah 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 Man kommt nicht hoch, oder so Man kommt nicht hoch, oder so Okay Geben wir dir mal ein paar Items, oder so Bitte Hey, bitte Wir fänden uns oben auf dem Cube drauf Ich schick das hier der hochkommt Ich will dich angeln Ich will dich angeln Wenn man nicht zu blöd dazu ist Ja, warum bist du denn da oben drauf? Wer? Das hat ja keinen Sinn, wenn man zu blöd dafür ist Du bist grau Ich bin ja nicht zu blöd dazu Ja, eigentlich schon Alter Tja Boah Du hast doch eine scheiß Druckplatte wieder Verstehe jetzt nicht Black Gamer, sollen wir uns einigen und mich schlagen? Nein, komm wir werden auf Nein, 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 nein Die ganze Zeit Die suchen jetzt einen Geheimraum Ah Nein Nein Warum bin ich jetzt einmal runtergefallen? Ich 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 bin kein Deppes Ah, ich will jetzt fast wieder runtergekommen Hallo, ich bin da oben Ich auch, aber wie? Ich will noch mehr runtergekommen Den B Deppes Ren Aut 카ken Ich auch Ihr findet euch echt Auf lugares Ja Die ganze Zeit schon Denn das wischte dich doch immer ein hier Der auch Vorsprach Ich habe Sie keine Lgi porque Zeit Nein! Neeeein! Blech hat ein Geheimraum gefunden! Blech hat ein Geheimraum gefunden! Gefinden! Gefindet! Oh Blackgamer du gibst mir auf ein Zwirbel grade! Mensch! Cheatest doch hier! Nein! Ja, mach ich! Ich geh mich offen zu! schüttel mit mit dem erst mal kriegt doch mal ein bisschen schaden alter seid ihr denn schon wieder du bleibst unten du kommst nicht mehr hoch jetzt kommst du nicht mehr hoch du bleibst da hopp ich hab am meisten lebenden oder so ich kümmere dich um die anderen du kommst ja nicht mehr hoch das wär jetzt fies wie oft kommen die Dinger denn noch hier gerade nein dd nein bei denen läufst du bei mir läuft würde ich mal sagen ich bin weg die so ich will mal jetzt essen bis später tschüss tschüss alter ich glitsche überall in die wand fest wer ist gegangen Dede ich hab nicht zugehört du hörst nie zu hopp lass uns in ruhe wir wollen friedlich bespielen ich dachte das ist ein survival game du gehst jetzt einfach nach unten Mensch sterb nein doch nicht mich high five nein okay das war ein blödes das ist nicht fertig jetzt high five ganz wieder ganz wieder high five ach nur weil du noch ein leben hast oder was ist los bei dir ja bitte hier die ganze Zeit oben rumschüttet und mit seinem Chat weggefühlt ehe du triffst mich nicht nein du triffst mich nicht und mit dem attributen da was tut das so du bei Deutsch haha das geht bei Deutsch ja ja au 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 frag ich mich auch was bei Euch bei Deutsch geht äh 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 bbbbbbbbbbbbbbbbb Erschreck mich doch mal ein bisschen. Oh, ich hab ein Jetpack, ne? Das ist ein Jetpack, oder? Das ist ein Jetpack, wa? Boah, boah. Alter, Moschel will ja nicht doppelt springen hier. Oh, Alter. Alter. Alter, jetzt stirb, ja? Alter, der hat guter Angst, oder was? Nee, der hat 10. Nein, lass uns doch ihn schlagen, du standst mir nur im Weg. Oh, hallo, WTS-Mutter. Hallo, hallo, WTS-Mutter. Hallo, hallo, WTS-Mutter. Komm, lass uns schnell runterschlagen, nur ein Leben. Nein, wo ist er, dort nicht mich? Oh, ab. Nein. Hallo, WTS-Mutter. Wo ist Centos eigentlich wieder rumcheaten? Dankeschön. Hallo, WTS-Mutter. Kann man nicht treffen, ne? Irgendein Arsch hat mich grad vor eingefroren. Ist das? Okay, bleib was. Hallo, Adrians Mutter. Hallo. Wie geht's Ihnen? Guten Tag, euch. Hi. Hallo. Willst du mal nur was zu essen, ne? Hey, der Adrian, der ist ein böser Schlingo, wissen Sie? Hä? Der Adrian steckt sich immer den Finger in den Poch. Hä? Was ist hier los? Nein. Der Adrian macht immer so böse Sachen so, und dann schiebt das. Der steckt immer gern sein Zückgastengel. Weißt du, der steckt sich immer den Finger in den Poch. Die Zeit ist auch weiter. Ende. Schon wieder. Hallo, Flush. Nein. Hallo. RIP, ja. Flush möchte nicht. Der Flush ain't. Nein. Nein. Lass uns doch überleben. Nein. Lass uns doch überleben. Lass uns doch überleben. Und dann schiebt das auch die Blume. Der sagt immer, ich hab eine Blume. Willst du mal dran riechen? Das ist nicht selber gemacht. Das ist nicht so, dass du da riechen kannst. Das ist nicht so, dass du da riechen kannst. Ja, ich wollte euch zugucken, okay? Zugucken. Zugucken. Wofür bin ich runtergefallen? Sorry, ich glitch hier fest. Komm, wir wollen gar nicht rumfüllen. Schau. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Nein, äh. Alter. Dein Ernst? Hast du da gerade reingepfiffen? Ja. Komm, 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 komm. Ja, so schön. Oder? Ähm, nö. Scheiße. Hat er doch geschafft reinzupacken wieder. Oh, vor allem so much English game. I hope you will die. Because I don't know you. I am happy. Boah, wie lange das läuft. WTF in unserem Leben hat. 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 Ich habe nicht mehr so eine Crap, die Bombe hat. Blass. Alter, jetzt lass mich doch mal in Frieden sterben. Nein. Ciao. Nein, auch Glück gehabt. Ich bin zweiter geworden. Komm Centus, high five. Wo bist du? Komm schnell runter. High five. Da Centus, high five. High five. High five. Zweiter geworden. Oh ja. Ich lebe noch. Ciao. Warum lebe ich noch? Ich lebe auch noch. Ja, ich habe aber ein neues Leben. Deswegen reagieren wir in der Welt nicht, weil noch alle da drin sind. Also ich nicht. Achso, achso, es ist vorbei. Ja. Ja, das merke ich ja schon. High five. High Centus, ne Cheater. Lass mal hier rausgehen. Ja. Nein. High Centus war es einfach nicht mit. Habt ihr die überhaupt noch aufgenommen? Wir nehmen wir noch auf. Klar. Hä? Ihr nehmt das auch? Klar. Ja. Schon die ganze Zeit. Das hab ich ja gar nicht gehört. Weil du behindert bist. Schlagt euch. Ey, bleibt auf dem Ding da oben drauf. Schlagt euch bitte. Ich will zugucken. Doch nicht mich schlagen, Mensch. Nee, ich kann nicht unbedingt rein. Hm. Ey, komm, das ist jetzt nicht dein Ernst hier, ne? Das ist nicht dein Ernst. Du Pädopanda hier. Oh, jetzt kommt der Dirty Dirtblock schon wieder. Ich hau so lange bei meinem Cut rein. Ich hab einen Schockbau, ne? Boah, Leute. Es ist ein Schockbau. Geh weg, ich will nicht. Ich hab auch Gefühle, hau auf. Ja. 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 Welche Lobby sollte ich in Smash bedienen? Ja. Ja. Oh, TT. Nice. Oh, TT. Und dann. In welchen. Was auch hinter dir. Was auch hinter dir. Was Glück. Oh, Alter. Ich hab voll gehauen, Alter. Hö, man, die ganze Aufnahme ist im Marsch. Warum? Keine Ahnung. Da ist. Nicht, nein, 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 nein. Oh, sorry. Wir werden auch überleben können. In welcher Lobby seid ihr? Mit Ops. Nix. Oh, nein. Ja, ja, aber welchen Möp spielt ihr? Ach so. Der Alter. Nein. Ja, ja, ja. Also nicht der obere, sondern der untere. Ja, was? Oh, nee, doch nicht. Hier ist alles in Ordnung. Bei mir, ich finde die X-Thorik halt so ein bisschen rum. Alter. Alter, hier sind voll die Freude. Ich zeig dir gleich so. Ja. Ja. Tschüss. 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 Jetzt. Ja, ja, ich seh's gehört. Nein. Du lügst. Ja, ja, ich würde sagen, die Fiebzig. Ich überlebe. Wallah. Was für's ne Ratte? Wallah. 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 Ja, da war's 35 Minuten der Flash. Was? Ja. Ja. Oh nein. Bei mir waren das 35 Minuten. Weiß ich nicht. Also war dein nur der Block. Doch, mein ich ja. Bei mir sind das zu viel. Herr Plotten, hlöhe Klauten, Protten Na ja mit Catmen und so wционt das bestimmt über 25 minuten oder so werden Naja Jetzt halt ich wieder in 10 million parts wieder auf Ja Jede Runde ein Part Ja mhm Tschüss 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 Och der Erd Alter dieser Erdblock der nervt Alter geh in den Garten zurück oder so Buddel dich ein Ja! Hier unten ist das. Ja! Können aber erstmal was der Kälter machen, solange die da am rumspielen sind. Nein, nicht runterfallen. Nein! Der ist runtergefallen. Aber Alter, TS ist gar nicht viel zu voll oder so. Nö. Weißt du doch. Die sind ja auch nicht. Ja! Ja, nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Kann sein. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Muhahaha. Hallo Flash! Hi. Ciao. Der Derdblock kommt. Ah, hab ich doch grad vor mir abgewandt. Der Derdblockwurst. Der Derdblock muss sterben. Der Derdblock muss sterben, doch nicht mich. Der Derd. Wie das Batman. Der Little Dinninninninn Batman. Es ist Batman. Es ist Batman. Der wirft einfach mal Granat. Es ist einfach gegen die Wand gesünderungen! Es gibt dir gleich Aids, man. Nein. Da wo die nicht hin? Die komplette Aufnahme ist schon über eine Stunde. Alter du bist doch alles Spritzwurst ne? Hau ab. Nein, vom vorhin. Du hättest schon nicht am Vorher schon gezockt. Bevor wir runtergenommen. Du hättest schon 6 Sekunden slow und kannst doch nicht so gut fahren. Dankeschön. Die Dördung. Ja. 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 Warum machst du sowas? wieso hast du den armen mann getötet? wieso? weil er von mir vermascht hat boah voll gut gut erstmal weht ihr es suchen sich doch mal treffen du kleine Mörder wollen wir den geheimraten ja komm das geil das WTF ist gar nicht ganz ist er nicht ne ist er auch nicht ich fall runter weil ich nen Block runter geh alter alter wie ich hier alles bombardier mit mit menschliche Kanonenkugel komm jetzt kannst du auch den Drucker anbieten da gibt's mal den Geheimraum mit Kugeln vielleicht wird abgefahren ähm du weißt schon dass es so nicht gewinnt oh ich hab noch drei Leben hm alter weil die dich irgendwie mehr oder weniger ignorieren ähm ähm ich geh nicht mehr ey WTF hier legt auch nen Bogen rum ne ja boah alter das war's geil oder da vorne wo ich steh weißt du auf der gegenüber eigenen Seite Jungs hier ist ein Schwert für euch komm jetzt fall doch mal da runter ach ganz ruhig der Cheatet der Cheatet der Cheatet der Junge ja aber ich mach 20 Schläge oder so auf dich und nur einer trifft Black der Cheatet Black Cheatet Black Cheatet echt ja das stimmt ich cheate immer bisschen Bock Black hat Nudos oh da ist er wohl nachgefallen ich weiß nicht mit der F und irgendwo heißt er nicht aus nein nein nix da TRT alter nein nein hier ist TNC haha kopflinge ey ich hab gerade neun Schaden bekommen oh neun Schaden krass ja obwohl ich getätet bin ja cool das ist das ist echt heftig so cool ja